Lektion 1 Partyplanung Hast du Vorschläge, was du für eine Party anziehen solltest? Wie wäre es mit einem schönen Kleid? Es ist perfekt für besondere Anlässe und verleiht einen Hauch von Eleganz. Das ist eine tolle Idee. Ein Kleid würde sicherlich den Gesamtlook aufwerten und ihn festlicher machen. Sie können ein Kleid wählen, das zu Ihrem persönlichen Stil passt und Ihnen ein sicheres Gefühl gibt. Das behalte ich im Hinterkopf. Hast du irgendwelche Empfehlungen, wo man ein schönes Kleid findet? Es gibt viele Möglichkeiten. Sie können Kaufhäuser, Boutiquen oder sogar Online-Händler ausprobieren. Ich werde verschiedene Geschäfte erkunden und sehen, was mir ins Auge fällt. Irgendwelche Vorschläge für das Partythema? Wie wäre es mit einem Maskeradethema? Es verleiht der Veranstaltung einen Hauch von Geheimnis und Aufregung. Das klingt faszinierend. Es wäre lustig, alle in eleganten Masken und Kostümen zu sehen. Es erzeugt ein Gefühl des Staunens und verwandelt die Party in eine magische Angelegenheit. Mir gefällt die Idee, der Feier einen Hauch von Fantasie zu verleihen. Irgendwelche Gedanken zum Veranstaltungsort? Wenn es sich um eine formelle Veranstaltung handelt, wäre ein Beisaal oder ein Bankettsaal eine geeignete Wahl. Das würde ausreichend Platz zum Tanzen und Beisammensein bieten. Was ist mit Dekorationen? Mit Kerzen, Lichterketten und eleganten Tafelaufsätzen können Sie sich für einen klassischen und raffinierten Look entscheiden. Ich kann es mir jetzt vorstellen. Das sanfte Leuchten von Kerzen und funkelnden Lichtern würde ein romantisches Ambiente schaffen. Es bestimmt die Stimmung und verleiht der Party einen Hauch von Verzauberung. Was ist mit Musik? Wir können eine Live-Band oder einen DJ haben, der eine Mischung aus optimistischen und tanzbaren Melodien spielt. Das würde die Energie hochhalten und alle auf die Beine bringen. Vergiss das Essen und die Getränke nicht. Wir können eine Vielzahl von Vorspeisen, ein Buffet und eine Auswahl an Cocktails und Mocktails haben. Das Angebot einer Reihe von Optionen stellt sicher, dass für jeden etwas dabei ist. Was ist mit Unterhaltung? Wir könnten einen professionellen Tänzer beauftragen oder eine Fotobox für die Gäste haben, um lustige Erinnerungen festzuhalten. Das sind großartige Ideen. Interaktive Unterhaltung verleiht der Party ein gewisses Maß an Spannung. Ich freue mich immer mehr auf die Party, als wir planen. Es wird ein unvergessliches Ereignis. Ich freue mich, dass du begeistert bist, John. Es wird ein wunderbares Fest voller Freude und Gelächter sein. Danke für deine Vorschläge, Anna. Deine Erkenntnisse waren für die Planung dieser Party von unschätzbarem Wert. Gern geschehen, John. Es war mir ein Vergnügen, gemeinsam Ideen zu entwickeln. Machen wir es zu einem unvergesslichen Abend. Absolut, Anna. Auf eine fantastische Party voller Stil, Gelächter und unvergesslicher Momente. Darauf werde ich ein metaphorisches Glas erheben, John. Lassen Sie uns unsere Ideen zum Leben erwecken und ein magisches Erlebnis für alle schaffen. Lektion 2 Budgetplanung Exzellente Arbeit bei dem Projekt. Es ist großartig geworden. Lassen Sie uns nun das Budget besprechen. Danke, John. Ich freue mich, dass du mit dem Ergebnis zufrieden bist. Mit welchem Budget arbeiten wir? Basierend auf unserer Prognose liegt die Budgetspanne innerhalb unserer Erwartungen. Wir haben eine gewisse Flexibilität. Das ist gut zu hören. Das gibt uns Spielraum, um mit Ressourcen zu arbeiten und sie effektiv zuzuweisen. Wir müssen die Kosten für Material, Arbeit und alle zusätzlichen Kosten berücksichtigen, die entstehen können. Absolut. Wir sollten auch Notfallfonds für den Fall aufbewahren, dass unerwartete Ausgaben anfallen. Einverstanden. Es ist wichtig, einen Puffer zu haben, um mit unvorhergesehenen Umständen umgehen zu können, ohne das Projekt zum Scheitern zu bringen. Wir sollten wichtige Ausgaben priorisieren und die Mittel entsprechend zuweisen, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten. Das ist ein solider Ansatz. Indem wir uns auf kritische Bereiche konzentrieren, können wir den Einsatz unserer Ressourcen optimieren. Es ist auch notwendig, die Ausgaben regelmäßig zu verfolgen, um sicherzustellen, dass wir innerhalb des budgetierten Bereichs bleiben. Die Überwachung unserer Ausgaben wird uns helfen, Abweichungen frühzeitig zu erkennen und die notwendigen Anpassungen vorzunehmen. Wir können Budgetierungssoftware oder Tabellen verwenden, um die Ausgaben im Auge zu behalten und die Transparenz zu wahren. Das ist ein praktischer Vorschlag. Der Einsatz digitaler Tools rationalisiert den Prozess und liefert genaue Daten. Eine regelmäßige Überprüfung des Haushaltsplans ermöglicht es uns, alle Probleme umgehend zu lösen und die erforderlichen Änderungen vorzunehmen. Es ist wichtig, eine offene Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen den Teammitgliedern in Bezug auf das Budget aufrecht zu erhalten. Absolut. Jeder sollte sich des Budgets bewusst sein und die Auswirkungen seiner Entscheidungen darauf verstehen. Durch die Förderung einer Kultur der steuerlichen Verantwortung können wir sicherstellen, dass das Projekt finanziell auf Kurs bleibt. Ich schätze Ihre Liebe zum Detail und Ihr Engagement, unsere Finanzen in Ordnung zu halten, Anna. Danke, John. Es ist wichtig, das Budget effizient zu verwalten, um unsere Ziele erfolgreich zu erreichen. Einverstanden. Lassen Sie uns weiterhin zusammenarbeiten, um den Haushalt effektiv zu verwalten und herausragende Ergebnisse zu erzielen. Ich bin zuversichtlich, dass wir mit unseren gemeinsamen Anstrengungen unsere Ziele erreichen und gleichzeitig den budgetierten Rahmen einhalten werden. Lektion 3. Kochen mit der Familie Wenn es um die Küche unserer Familie geht, sollten wir darauf achten, eine Vielzahl von Gerichten einzubeziehen. Ich stimme zu, John. Es ist wichtig, auf jeden Geschmack und seine Ernährungspräferenzen einzugehen. Wir sollten Optionen für Vegetarier, Fleischliebhaber und Menschen mit Lebensmittelallergien oder Einschränkungen haben. Absolut. Indem wir ein abwechslungsreiches Menü anbieten, können wir sicherstellen, dass sich alle einbezogen und zufrieden fühlen. Lassen Sie uns über einige Ideen für verschiedene Küchen nachdenken, die wir in unsere Mahlzeiten integrieren können. Wie wäre es mit italienischer Küche? Es ist immer ein Publikumsmagnet mit seinen Pasta, Pizzen und würzigen Sausen. Italienisch klingt köstlich. Wir können auch die mexikanische Küche mit ihren lebendigen Aromen und Gewürzen erkunden. Das ist ein toller Vorschlag. Mexikanische Gerichte wie Tacos, Enchiladas und Quacamole sind immer beliebt. Wir dürfen die asiatische Küche nicht vergessen. Chinesische, japanische und thailändische Gerichte werden von vielen geliebt. Die asiatische Küche bietet eine große Auswahl an Geschmacksrichtungen und Optionen wie Pfannengerichte, Sushi und Kuris. Stimmt. Und vergessen wir nicht die mediterrane Küche mit ihren frischen Salaten, gegrilltem Fleisch und Hummus. Mediterrane Gerichte sind nicht nur lecker, sondern auch gesund. Es ist eine gute Wahl für ausgewogene Mahlzeiten. Einverstanden. Und für diejenigen, die Hausmannskost mögen, können wir auch einige klassische amerikanische Gerichte anbieten. Hausmannskost wie Burger, Makaroni und Käse sowie Barbecue werden diesen Heißhunger sicherlich stillen. Es ist wichtig, auch dietetische Einschränkungen wie glutenfreie oder vegane Optionen zu berücksichtigen. Absolut. Wir sollten Alternativen zur Verfügung haben, um den unterschiedlichen Ernährungsbedürfnissen gerecht zu werden. Indem wir eine Vielzahl von Gerichten anbieten und die Vorlieben aller berücksichtigen, können wir unvergessliche Familienessen kreieren. Bei Familienessen geht es darum, alle zusammenzubringen und gutes Essen und eine gute Zeit zu genießen. Das ist das Wesentliche, Anna. Das Teilen köstlicher Mahlzeiten stärkt unsere Bindung und schafft bleibende Erinnerungen. Ich freue mich darauf, diese vielfältigen Gerichte zuzubereiten und das Lächeln am Tisch zu sehen. Ich auch, Anna. Lassen Sie uns die Aromen verschiedener Kulturen genießen und kulinarische Erlebnisse für unsere Familie schaffen. Ich freue mich, mit dir auf diese kulinarische Reise zu gehen, John. Gemeinsam werden wir die Essenszeiten für unsere Lieben zu etwas Besonderem machen. Ja, die Verkäuferin hat mich zum richtigen Gang geführt. Das ist hilfreich. Das spart Zeit und erleichtert das Einkaufen. Ich war auf der Suche nach einer bestimmten Marke von Nudelsauce. Es ist toll, dass Sie dich zum richtigen Abschnitt weitergeleitet haben. Ich schätze Ihre Hilfe bei der Suche nach dem, was ich brauchte. Ein guter Kundenservice kann das Einkaufserlebnis verbessern. Ich werde daran denken, um Hilfe zu bitten, wenn ich etwas nicht finde. Zögern Sie nicht, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Dafür sind Sie da. Das ist viel besser, als ziellos herumzulaufen. Das spart auf jeden Fall Zeit und Frust. Die Verkäuferin empfahl auch ein neues Produkt zum Ausprobieren. Das ist ein zusätzlicher Bonus. Sie können wertvolle Vorschläge machen. Ich bin froh, dass ich nach Ihrem Fachwissen gefragt habe. Es lohnt sich immer, sich von sachkundigen Mitarbeitern beraten zu lassen. Ich werde auf jeden Fall meine Dankbarkeit für Ihre Hilfe ausdrücken. Das ist eine nette Geste. Das würdigt Ihre Unterstützung. Es ist wichtig, guten Kundenservice anzuerkennen. Ich werde dem Filialleiter auch Feedback zu meinen Erfahrungen geben. Das ist ein proaktiver Ansatz. Feedback hilft, die Servicequalität zu verbessern. Insgesamt hatte ich dank der Verkäuferin ein angenehmes Einkaufserlebnis. Es ist wunderbar, wenn Sie hervorragende Unterstützung erhalten. Ich werde auf jeden Fall in Zukunft in diesen Laden zurückkehren. Der Aufbau der Kundenbindung ist das Ergebnis eines großartigen Service. Lektion gelernt, zögern Sie nicht, bei Bedarf um Rat zu fragen. Das ist eine wertvolle Lektion. Das gilt für verschiedene Lebenssituationen. Lektion 5 Verfügbarkeit morgen Nachmittag Hi Anna, bist du morgen Nachmittag verfügbar? Ja, das bin ich. Was ist los? Brauchst du etwas? Ich dachte darüber nach, in den Park zu gehen. Möchtest du zu mir kommen? Das klingt nett, John. Ich würde gerne mit dir in den Park gehen. Großartig! Treffen wir uns um 15 Uhr am Parkeingang. Ist das okay? 15 Uhr am Parkeingang funktioniert für mich. Ich werde pünktlich da sein. Perfekt! Ich bringe ein paar Snacks mit. Hast du irgendwelche Vorlieben? Überrasche mich, John. Ich bin offen für alles, was du mitbringst. In Ordnung. Ich werde sicherstellen, dass wir eine Auswahl an Snacks mitbringen. Danke, John. Ich schätze deine Rücksichtnahme. Kein Problem, Anna. Es ist immer eine Freude, Zeit mit dir zu verbringen. Ebenso, John. Ich genieße unsere gemeinsamen Ausfüge. Ich freue mich, das zu hören. Wir sehen uns morgen im Park. Wir sehen uns morgen, John. Freue mich schon drauf. Lektion 6, angenehmes Wetter und atemberaubende Ausblicke. Anna, das Wetter ist heute angenehm und die Aussicht ist atemberaubend. Das klingt ausgezeichnet, John. Das würde ich gerne selbst erleben. Es lohnt sich auf jeden Fall. Übrigens, wie lange dauert es, den Gipfel zu erreichen? Je nach Tempo dauert es in der Regel etwa eine Stunde, um den Gipfel zu erreichen. Das ist nicht so schlimm. Ich bin bereit für die Herausforderung. Sollen wir jetzt anfangen? Sicher, John. Lasst uns unseren Aufstieg beginnen und die wunderschöne Landschaft genießen. Ich bin gespannt, was uns oben erwartet. Lass uns gehen. Absolut, John. Ich kann es kaum erwarten, den Panoramablick zu genießen. Wir werden eine tolle Zeit haben, Anna. Die Reise wird sich lohnen. Ich vertraue deinem Urteilsvermögen, John. Du findest immer die besten Plätze. Danke für dein Vertrauen, Anna. Zusammen werden wir unvergessliche Erinnerungen schaffen. In der Tat, John. Gehen wir und machen das Beste aus diesem schönen Tag. Einverstanden. Lass uns unser Abenteuer beginnen. Los geht's. Los geht's, John. Ich bin bereit für das unglaubliche Erlebnis, das vor mir liegt. Lektion 7 Versteckte Schätze, die es wert sind, erkundet. Anna, wusstest du, dass Kroatien, Ungarn und Rumänien einige versteckte Juwelen haben, die es wert sind, erkundet zu werden? Wirklich, John? Ich hatte keine Ahnung. Erzähl mir mehr über diese Orte. Kroatien hat atemberaubende Küstenstädte wie Dubrovnik und den Nationalpark Plitweiser Seen. Ungarn verfügt über Budapests reiche Geschichte und Tamalbäder. Rumänien hat die bezaubernde mittelalterliche Stadt Kronstadt und die atemberaubenden Landschaften Siebenbürgens. Beeindruckend, John. Diese Orte klingen unglaublich. Ich freue mich darauf, sie zu besuchen. Das sind wirklich tolle Ziele, Anna. Jedes Land bietet einzigartige Erlebnisse und kulturelle Schätze. Ich fühle mich besonders zu den historischen Städten und der natürlichen Schönheit hingezogen. Es klingt wie ein wahrgewordener Traum. Es lohnt sich auf jeden Fall, es auf deine Reiseliste zu setzen, Anna. Du wirst nicht enttäuscht sein. Danke, dass du diese Information geteilt hast, John. Ich kann es kaum erwarten, mit der Planung meines Besuchs zu beginnen. Es freut mich, Anna. Ich bin sicher, sie werden eine fantastische Zeit haben, diese versteckten Juwelen zu erkunden. Ich schätze deine Empfehlungen, John. Es bedeutet mir sehr viel. Jederzeit, Anna. Lass es mich wissen, wenn du weitere Reisevorschläge brauchst. Das werde ich, John. Nochmals vielen Dank, dass Sie mir die Augen für diese unglaublichen Ziele geöffnet haben. Gern geschehen, Anna. Frohe Reisen und viel Spaß bei deinen zukünftigen Abenteuern. Das werde ich, John. Ich freue mich darauf, diese versteckten Juwelen bald zu entdecken. Lektion 8, Erkundung alter Burgen, antiker Ruinen und bezaubernder Altstädte. Anna, ich habe gehört, dass es einen Ort gibt, an dem du ein altes Schloss, antike Ruinen und eine bezaubernde Altstadt auf einmal besichtigen kannst. Das klingt faszinierend. Wo ist dieser Ort? Es ist in einer kleinen Stadt namens Heidelberg in Deutschland. Deutschland? Ich wollte schon immer mal hin. Erzählen Sie mir mehr über Heidelberg. Nun, das Heidelberger Schloss droht auf einem Hübel mit Blick auf die Stadt. Es ist ein herrlicher Anblick. Ich liebe Burgen. Was ist mit den antiken Ruinen? Die Ruinen der Heidelberger Brücke, die teilweise zerstört wurde, erinnern an ihre Geschichte. Das ist unglaublich. Und was ist das Besondere an der Altstadt? Die Altstadt ist voller enger Kopfsteinpflasterstraßen, bezaubernder Geschäfte und gemütlicher Cafés. Es klingt wie ein Ort wie aus einem Märchen. Es hat definitiv diesen magischen Charme. Es würde dir gefallen, Anna. Ich kann es kaum erwarten, Heidelberg zu erkunden und seine reiche Geschichte und Schönheit zu erleben. Es wird eine unvergessliche Reise. Ich freue mich darauf, dieses Abenteuer mit dir zu beginnen, Anna. Mach dich bereit für eine tolle Reise. Ich bin bereit, John. Lass uns zusammen Erinnerungen schaffen. Lektion 9 Aktiv zuhören und Interesse zeigen Anna, ich habe versucht, meine Kommunikationsfähigkeiten zu verbessern. Ich habe gehört, dass aktives Zuhören wichtig ist. Irgendwelche Tipps? Absolut, John. Wenn jemand spricht, schenken Sie ihm Ihre volle Aufmerksamkeit und zeigen Sie aufrichtiges Interesse. Das ergibt Sinn. Wie kann ich zeigen, dass ich aktiv zuhöre? Mit dem Kopf zu nicken, Blickkontakt zu halten und Folgefragen zu stellen, sind gute Möglichkeiten, Interesse zu zeigen. Das werde ich mal versuchen. Gibt es noch andere Tipps, die du teilen kannst? Wenn Sie darüber nachdenken, was die Person gesagt hat und ihre Argumente zusammenfassen, zeigen Sie, dass Sie aktiv an der Konversation beteiligt waren. Das werde ich auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Danke für den Rat, Anna. Gern geschehen, John. Bei effektiver Kommunikation geht es darum, anderen zuzuhören und sie zu verstehen. Dem stimme ich voll und ganz zu. Ich möchte ein besserer Zuhörer werden und bedeutungsvollere Gespräche führen. Es ist ein großartiges Ziel, John. Aktives Zuhören hilft dir, stärkere Verbindungen zu anderen aufzubauen. Ich glaube, das wird es. Danke für deine Unterstützung und Anleitung, Anna. Jederzeit, John. Ich bin hier, um zu helfen. Viel Glück auf deinem Weg zum aktiven Zuhörer. Lektion 10, Busfahrpreisanfrage Anna, weißt du, wie hoch der Fahrpreis für diesen Bus ist? Ich bin mir nicht sicher, John. Ich sehe in der Tariftabelle nach oder frage den Fahrer. Das wäre hilfreich. Ich möchte nicht zu viel bezahlen oder überrascht werden. Ich verstehe. Es ist immer gut, vor dem Einsteigen den richtigen Tarif zu kennen. Absolut. Es hilft bei der Budgetierung und Planung unserer Transportkosten. Ich habe die Tariftabelle gefunden. Es sieht so aus, als ob der Fahrpreis 2 Dollar für eine einzelne Fahrt beträgt. Das ist vernünftig. Gibt es einen ermäßigten Tarif für Studenten oder Senioren? Ja, das gibt es. Studenten und Senioren erhalten einen ermäßigten Fahrpreis von einem Dollar und 50 Cent. Das ist toll zu wissen. Ich werde sicherstellen, dass ich meinen Studentenausweis mitbringe. Es ist klug, diese Rabatte zu nutzen. Jedes bisschen hilft. Auf jeden Fall. Danke, dass du die Tariftabelle überprüft hast, Anna. Das weiß ich zu schätzen. Kein Problem, John. Ich helfe Ihnen gerne weiter. Stellen wir sicher, dass wir den richtigen Fahrpreis haben, bevor wir in den Bus steigen. Einverstanden. Es ist immer besser, vorbereitet zu sein. Nochmals vielen Dank, Anna. Gern geschehen, John. Hab eine reibungslose Reise. Lektion 11 Nutzen und Realität abwägen Anna, es ist wichtig, die Vorteile zu berücksichtigen und dabei die wahren Herausforderungen nicht zu vergessen. Du hast recht, John. Wir sollten die Vor- und Nachteile abwägen, bevor wir Entscheidungen treffen. Manchmal mögen die Vorteile verlockend erscheinen, aber wir müssen auf dem Boden der Realität bleiben. Absolut. Es ist wichtig, eine realistische Perspektive zu haben, um potenzielle Feisttricke zu vermeiden. Wir wollen uns nicht von den Herausforderungen überrumpeln lassen, die mit den Vorteilen einhergehen. Stimmt. Es geht darum, ein Gleichgewicht zu finden und fundierte Entscheidungen zu treffen. Wir sollten die potenziellen Risiken und Nachteile abwägen, bevor wir uns ausschließlich aufgrund des Nutzens mit etwas befassen. Auf diese Weise können wir umfassendere und vernünftigere Entscheidungen treffen. Es ist wichtig, optimistisch, aber gleichzeitig auch pragmatisch zu sein. Wir sollten die Realität nicht übersehen, nur weil die Vorteile attraktiv erscheinen. Lassen Sie uns nach einer ausgewogenen Perspektive streben und Entscheidungen treffen, die mit unseren Zielen und Werten übereinstimmen. Das ist ein kluger Ansatz, John. Wir werden besser gerüstet sein, um die Komplexität des Lebens zu bewältigen. Danke, Anna. Es ist immer hilfreich, Ihre Erkenntnisse und Ihre Perspektive zu haben. Gern geschehen, John. Ich bin hier, um dich zu unterstützen. Lassen Sie uns gemeinsam weiter nach diesem Gleichgewicht streben. Lektion 12 – Das Cover personalieren Anna, könntest du für das Cover dieses Buches vielleicht ihren Namen oder ein besonderes Symbol hinzufügen? Das ist eine tolle Idee, John. Das Cover zu personalieren verleiht ihm eine besondere Note. Dadurch würde sich das Buch für die Person, die es erhält, einzigartiger und bedeutungsvoller anfühlen. Ich stimme zu. Das Hinzufügen Ihres Namens oder eines Symbols, das Ihnen gefällt, kann eine stärkere Verbindung herstellen. Es zeigt, dass wir uns Gedanken gemacht und Mühe gegeben haben, das Buch für Sie zu etwas Besonderem zu machen. Absolut. Es sind diese persönlichen Details, die Geschenke wirklich unvergesslich machen. Ich denke, es wäre eine nette Überraschung für den Empfänger, seinen Namen oder sein Symbol auf dem Cover zu sehen. Es fügt ein Element der Freude hinzu und sorgt dafür, dass sich das Buch wie maßgeschneidert für Sie anfühlt. Außerdem ist es eine einfache Möglichkeit, das Cover hervorzuheben und Ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Personalisierung kann das Buch visuell ansprechender und ansprechender machen. Es geht darum, dem Empfänger das Gefühl zu geben, gesehen und geschätzt zu werden. Exakt. Das Cover zu personalieren ist eine durchdachte Geste, die viel bewirken kann. Ich bin froh, dass wir auf derselben Wellenlänge sind, Anna. Machen wir dieses Buch zu etwas ganz Besonderem. Einverstanden, John. Ich sorge dafür, dass das Cover Ihre Individualität widerspiegelt und Ihre Essenz einfängt. Danke, Anna. Ihre Kreativität und Liebe zum Detail werden sehr geschätzt. Gern geschehen, John. Ich bin hier, um zu helfen, bedeutungsvolle Erlebnisse zu schaffen. Lass es uns fantastisch machen. Lektion 13 Nachdenken über ein informatives Gespräch Anna, die Präsentation war wirklich gut. Es war ziemlich informativ und unterhaltsam. Ich freue mich, dass du es wertvoll fandest, John. Es ist immer toll, wenn wir gleichzeitig lernen und Spaß haben können. Auf jeden Fall. Der Redner hat fantastische Arbeit geleistet, indem er die Informationen auf ansprechende Weise präsentiert hat. Es ist wichtig, Bildungserlebnisse angenehm zu gestalten, um den Lernprozess zu verbessern. Ich war angenehm überrascht, wie viel ich aus dem Vortrag gelernt habe. Das zeichnet eine erfolgreiche Präsentation aus, wenn Sie mit neuem Wissen und einer positiven Erfahrung nach Hause gehen. Ich schätze es, wie der Redner komplexe Konzepte leicht verständlich gemacht hat. Die Vereinfachung komplexer Ideen hilft den Menschen, die Informationen effektiver zu erfassen. Die Beispiele und Bilder, die während des Vortrags verwendet wurden, waren ebenfalls sehr hilfreich. Visuelle Hilfsmittel können das Verständnis verbessern und den Inhalt verständlicher machen. Ich bin dankbar für die Gelegenheit, an einer so informativen Sitzung teilzunehmen. Es ist immer von Vorteil, nach Wachstums- und Lernmöglichkeiten zu suchen. Absolut. Ich bin inspiriert, das Gelernte auf meine eigene Arbeit und mein eigenes Leben anzuwenden. Das ist das Ziel informativer Vorträge, positive Veränderungen zu inspirieren und voranzutreiben. Ich freue mich darauf, das, was ich gelernt habe, mit anderen zu teilen und mein Wissen weiter zu erweitern. Wissen zu teilen und eine Kultur des kontinuierlichen Lernens zu fördern, ist eine wunderbare Möglichkeit, einen Beitrag zur Gemeinschaft zu leisten. Danke, Anna, dass du mich ermutigt hast, an dem Gespräch teilzunehmen. Es hat sich wirklich gelohnt. Gern geschehen, John. Ich freue mich, dass du es wertvoll fandest. Lassen Sie uns weiterhin gemeinsam nach Wachstumschancen suchen. Lektion 14. Wählen Sie ein Telefon mit ausreichend Speicherplatz. Anna, das wäre hilfreich. Ich brauche auch ein Telefon mit einer großen Speicherkapazität. Ich verstehe, John. Ausreichender Speicherplatz ist wichtig, um all Ihre Dateien und Medien zu speichern. Ich habe viele Fotos, Videos und Apps, also brauche ich ein Telefon, das alles bewältigen kann. Suchen Sie nach einem Telefon mit erweiterbarem Speicher oder einer hohen internen Speicherkapazität. Erweiterbarer Speicher wäre großartig, sodass ich bei Bedarf mehr Speicherplatz hinzufügen kann. Das gibt Ihnen Flexibilität und ermöglicht es Ihnen, Ihren Speicher effizient zu verwalten. Ich habe auch gehört, dass einige Telefone Cloud-Speicheroptionen anbieten. Hast du dir das angeschaut? Ja, viele Telefone verfügen über Cloud-Speicheroptionen, die nützlich sein können, um Ihre Dateien zu sichern und Speicherplatz freizugeben. Das klingt praktisch. Ich müsste mir keine Sorgen machen, dass mir der Speicherplatz ausgeht. Exakt. Cloud-Speicher bietet eine zusätzliche Sicherheitsebene für Ihre wichtigen Daten. Das werde ich bei der Auswahl eines Telefons auf jeden Fall berücksichtigen. Irgendwelche Empfehlungen? Telefone von seriösen Marken wie Apple, Samsung oder Google bieten oft ausreichend Speicheroptionen. Ich werde mir Ihre Modelle ansehen und die Speicherkapazitäten und Funktionen vergleichen. Das ist ein guter Ansatz. Stellen Sie sicher, dass Sie auch Ihre Nutzungsanforderungen und Ihr Budget berücksichtigen. Absolut. Ich möchte das richtige Gleichgewicht zwischen Speicher-, Leistung- und Erschwinglichkeit finden. Kluge Entscheidung, John. Es ist wichtig, ein Telefon zu wählen, das alle Ihre Anforderungen erfüllt. Danke für deine Anleitung, Anna. Ihre Erkenntnisse sind immer wertvoll. Gern geschehen, John. Ich bin hier, um dir zu helfen. Viel Glück bei der Suche nach dem perfekten Telefon mit viel Stauraum. Lektion 15 Den Einkaufsbommel abschließen Anna, unser Einkauf wird abgeschlossen sein. Perfekt. Lass uns zur Kasse gehen und bezahlen. Klingt gut, John. Wir haben alles gefunden, was wir brauchen. Zeit, diesen Einkaufsbommel zu beenden. Ich bin froh, dass wir alles auf unserer Liste finden konnten. Es war ein erfolgreicher Ausflug. Ja, es fühlt sich toll an, wenn wir alle Artikel abhaken können, die wir kaufen mussten. Ich schätze Ihre Hilfe bei der Navigation im Geschäft und bei der Suche nach den besten Angeboten. Es war mir ein Vergnügen, John. Es macht mir immer Spaß, mit dir einzukaufen. Ihre Eingaben und Vorschläge machen den Prozess viel reibungsloser. Ich helfe Ihnen gerne weiter und trage dazu bei, unser Einkaufserlebnis angenehm zu gestalten. Gehen wir zur Kasse und bezahlen unsere Artikel. Einverstanden. Es ist wichtig, die Transaktion abzuschließen und abzuschließen. Ich hoffe, die Schlange an der Kasse ist nicht zu lang. Ich freue mich darauf, fertig zu werden und nach Hause zu fahren. Hoffen wir auf einen schnellen Checkout-Prozess. Wir machen uns im Handumdrehen auf den Weg. Sobald wir fertig sind, können wir nach Hause gehen und uns entspannen, da wir wissen, dass unsere Einkäufe abgeschlossen sind. Das klingt nach einem wunderbaren Plan, John. Ich freue mich auf ein paar Auszeiten. Nochmals vielen Dank für deine Hilfe, Anna. Einkaufen macht viel mehr Spaß mit dir an meiner Seite. Gern geschehen, John. Das klingt köstlich, John. Die italienische Küche bietet eine Vielzahl von Geschmacksrichtungen und Optionen. Nudelsalat ist frischend und Knoblauchbrot verleiht der Mahlzeit eine leckere Note. Wir können Nudelsalat und Knoblauchbrot machen. Ich liebe die Kombination von frischem Gemüse und Pasta in einem Salat. Es ist ein leichtes und sättigendes Gericht. Und wer kann dem Duft von frisch gebackenem Knoblauchbrot widerstehen? Es ist eine perfekte Ergänzung. Absolut. Das Knoblauchbrot verleiht der Mahlzeit ein herzhaftes Element. Stellen wir sicher, dass wir hochwertige Zutaten verwenden. Frisches Gemüse und Kräuter verbessern die Aromen. Hochwertige Zutaten machen einen signifikanten Unterschied im Gesamtgeschmack und im Gesamterlebnis. Wir können dem Nudelsalat auch einige Oliven und sonnengetrocknete Tomaten hinzufügen, um ihm zusätzlichen Geschmack zu verleihen. Tolle Idee, John! Diese Zutaten werden dem Gericht einen Hauch von Würze und Reichhaltigkeit verleihen. Ich werde dafür sorgen, dass die Pasta al dente gekocht wird, um die perfekte Textur zu erhalten. Für einen sättigenden Nudelsalat ist es unerlässlich, die Nudeln genau richtig zuzubereiten. Wir können auch ein leichtes Vinaigrette-Dressing zubereiten, das über den Salat geträufelt wird. Eine hausgemachte Vinaigrette bringt alle Aromen zusammen und verleiht eine würzige Note. Ich hole etwas frisches Basilikum und Petersilie, um den Nudelsalat zu garnieren. Es wird einen Farbtupfer hinzufügen. Frische Kräuter sorgen nicht nur für einen optischen Reiz, sondern verbessern auch den Geschmack des Gerichts. Ich freue mich auf dieses italienische Essen. Es wird ein kulinarischer Genuss. Ich kann es kaum erwarten, die Aromen zu genießen und jeden Bissen zu genießen. Es wird ein wunderbares kulinarisches Erlebnis sein. Danke, Anna, dass du mich bei der Planung dieses Essens unterstützt hast. Ihr Enthusiasmus macht es noch angenehmer. Gern geschehen, John. Ich freue mich immer, zusammen an köstlichem Essen zu arbeiten. Machen wir daraus ein unvergessliches italienisches Festmahl. Lektion 17 – Einen Pakt schließen, um die Telefonnutzung einzuschränken Absolut! Lassen Sie uns einen Pakt schließen, um unsere Telefonnutzung einzuschränken und andere dazu zu ermutigen, dasselbe zu tun. Das ist eine tolle Idee, John. Die Reduzierung der Bildschirmzeit kann positive Auswirkungen auf unser Wohlbefinden haben. Wir können damit beginnen, jeden Tag bestimmte Zeitlimits für die Telefonnutzung festzulegen. Das Setzen von Grenzen hilft uns, anderen Aktivitäten Priorität einzuräumen und im Moment präsenter zu sein. Wir sollten auch auf unsere Telefonnutzung achten, wenn wir Zeit mit anderen verbringen. Es ist wichtig, sich voll und ganz auf Gespräche und Erlebnisse einzulassen, ohne ständig vom Telefon abgelenkt zu werden. Ermutigen wir unsere Freunde und Familie, sich uns bei diesem Unterfangen anzuschließen. Wenn Sie die Vorteile einer eingeschränkten Telefonnutzung teilen, können Sie auch andere dazu inspirieren, positive Veränderungen vorzunehmen. Wir können mit gutem Beispiel vorangehen und Ihnen zeigen, wie erfüllend es sein kann, sich von Bildschirmen zu trennen. Hobbys nachzugehen, Zeit im Freien zu verbringen und mit Menschen von Angesicht zu Angesicht in Kontakt zu treten, sind wertvolle Erfahrungen. Es ist wichtig, ein gesundes Gleichgewicht zwischen Technologie und der realen Welt zu finden. Indem wir Offline-Aktivitäten priorisieren, können wir unser allgemeines Wohlbefinden verbessern und tiefere Verbindungen fördern. Wir können auch alternative Aktivitäten ausprobieren, bei denen das Telefon nicht übermäßig benutzt wird, wie Lesen oder Sport. Unsere Interessen zu diversifizieren und Freude an Offline-Aktivitäten zu finden, wird unser Leben bereichern. Unterstützen wir uns gegenseitig auf dieser Reise und ziehen wir uns gegenseitig zur Rechenschaft. Ein Unterstützungssystem wird es einfacher machen, sich weiterhin für unseren Takt einzusetzen. Ich bin dankbar, dich als meine Partnerin bei diesem Unterfangen zu haben, Anna. Wir können gemeinsam positive Veränderungen anregen. Das Gefühl beruht auf Gegenseitigkeit, John. Gehen wir mit gutem Beispiel voran und ermutigen wir andere, eine gesündere Beziehung zu ihren Handys einzugehen. Einverstanden, Anna. Auf ein ausgeglichen eeres und erfüllteres Leben, frei von übermäßigem Telefonieren. Prost darauf, John. Lassen Sie uns diese Reise antreten und etwas Positives bewirken. Lektion 18 – Neue Wege erkunden Ich bin bereit für die Herausforderung. Gibt es noch andere Wege, die du empfiehlst? Absolut, John. Es gibt einen schönen Trail namens Brezi Ridge, der atemberaubende Ausblicke bietet. Klingt fantastisch. Ich wandere gerne an malerischen Orten. Was macht Brezi Ridge so besonders? Brezi Ridge ist bekannt für seine erfrischende Brise und den Panoramablick auf die umliegenden Berge. Das klingt nach einer perfekten Flucht in die Natur. Ich freue mich darauf, es zu erleben. Der Weg ist mäßig anspruchsvoll, aber die Belohnung ist es auf jeden Fall wert. Ich bin immer bereit für eine gute Wanderung. Die Herausforderung verstärkt das Erfolgserlebnis. Es ist toll, unsere Komfortzonen zu verlassen und neue Fähigkeiten zu entdecken. Gibt es neben Brezi Ridge noch andere Trails, die du empfehlen würdest? Mystifiles ist ein weiterer Trail, den es wert ist, erkundet zu werden. Er führt zu einem malerischen Wasserfall. Wasserfälle wirken ruhig und beruhigend. Ich würde gerne Mystifiles sehen. Der Weg zum Wasserfall ist von üppigem Grün umgeben und schafft eine friedliche und ruhige Atmosphäre. Ich zähle dazu. Ich freue mich darauf, diese neuen Abenteuer mit dir zu beginnen, Anna. Ich freue mich sehr, einen Wanderpartner zu haben. Gemeinsam neue Wege zu erkunden, macht immer mehr Spaß. Es ist wunderbar, wie die Natur Menschen einander näher bringen und bleibende Erinnerungen schaffen kann. Die Natur hat eine Art, uns zu erden und uns an die Schönheit um uns herum zu erinnern. Danke, dass du diese Wanderempfehlungen geteilt hast, Anna. Ich schätze dein Wissen und deinen Enthusiasmus. Gern geschehen, John. Ich freue mich, dass ich diese Outdoor-Juwelen mit dir teilen konnte. Lassen Sie uns die Schönheit der Natur genießen und uns auf diese Wanderabenteuer begeben. Lektion 19 Ein köstliches Dessert schätzen Der Nachtisch ist sehr lecker. Ich bin froh, dass wir beschlossen haben, es zu versuchen. Ich stimme zu, John. Die Aromen sind herrlich und es ist ein perfekter süßer Abschluss unserer Mahlzeit. Die Kombination aus reichhaltiger Schokolade und cremigem Karamell ist einfach göttlich. Die Textur des Desserts ist ebenfalls wunderbar, mit der Geschmeiligkeit der Musse und dem Knirschen der Kruste. Es ist ein ausgewogenes Dessert, das sowohl Schokoladenliebhaber als auch Karamellliebhaber zufriedenstellt. Die Präsentation ist ebenfalls beeindruckend. Das Dessert sieht aus wie ein Kunstwerk. Es ist offensichtlich, dass viel Sorgfalt und Liebe zum Detail in die Schaffung dieses Meisterwerks gesteckt wurden. Das Können und die Kreativität des Küchenchefs kommen bei jedem Bissen zum Vorschein. Ich bin dankbar für die Gelegenheit, mich mit so einem köstlichen Leckerbissen verwöhnen zu lassen. Es sind Momente wie diese, die uns an die einfachen Freuden des Lebens erinnern. Absolut! Ein köstliches Dessert zu teilen macht uns Freude und schafft bleibende Erinnerungen. Wir sollten jeden Löffel genießen und das kulinarische Erlebnis schätzen. Lassen Sie uns dem Küchenchef auf jeden Fall unseren Dank für dieses außergewöhnliche Dessert aussprechen. Auf jeden Fall! Es ist wichtig, die Talente derer anzuerkennen und zu schätzen, die solche kulinarischen Köstlichkeiten kreieren. Ich bin froh, dass wir uns entschieden haben, dieses Dessert zu probieren. Es hat meine Erwartungen übertroffen. Es ist immer ein Abenteuer, neue Geschmacksrichtungen auszuprobieren und verschiedene Küchen zu erleben. Es erinnert daran, dass es eine Welt voller kulinarischer Wunder gibt, die darauf warten, erkundet zu werden. In der Tat! Jeder Bissen ist eine Gelegenheit, neue Geschmacksrichtungen zu entdecken und unseren Gaumen zu erweitern. Danke, dass du mich bei diesem Dessert-Abenteuer begleitet hast, Anna. Deine Gesellschaft macht es noch süßer. Das Vergnügen ist meinerseits, John. Es geht darum, die einfachen Freuden zu genießen und sich köstliche Desserts zu gönnen. Lektion 20 Museumsausstellungen erkunden Oh, ich liebe Museen. Welche Art von Exponaten hatten Sie? Das Museum hatte eine breite Palette von Exponaten, von antiken Artefakten bis hin zu modernen Kunstinstallationen. Das klingt faszinierend. Ich lerne gerne etwas über verschiedene Kulturen und historische Epochen. Es gab eine Ausstellung mit altägyptischen Artefakten, darunter Mumien und komplizierte Hieroglyphen. Das alte Ägypten hat mich schon immer fasziniert. Ich würde diese Artefakte gerne aus der Nähe sehen. Das Museum hatte auch eine Abteilung für zeitgenössische Kunst mit zum Nachdenken anregenden Skulpturen und Gemälden. Zeitgenössische Kunst hinterfragt unsere Sichtweisen und löst Gespräche aus. Es gab eine Sonderausstellung zur Tierfotografie, die die Schönheit und Vielfalt der Natur einfängte. Die Fotografie kann uns in verschiedene Landschaften versetzen und es uns ermöglichen, die Wunder der Natur zu schätzen. Eine weitere Ausstellung konzentrierte sich auf die Geschichte der lokalen Gemeinschaften und beleuchtete ihre Traditionen und Beiträge. Das Lernen über die Geschichte und das Erbe der Orte, an denen wir leben, kann unsere Wertschätzung für unsere Umgebung vertiefen. Das Museum bot interaktive Ausstellungen, in denen sich die Besucher durch praktische Aktivitäten engagieren und lernen konnten. Interaktive Ausstellungen machen das Lernerlebnis immersiver und ansprechender. Es war ein vielseitiges Museum, in dem für jeden etwas dabei war, unabhängig von seinen Interessen. Das ist toll zu hören. Museen verbinden uns mit unserer Vergangenheit und inspirieren uns für die Zukunft. Sie bieten einen Raum für Reflexion, Lernen und kulturelle Wertschätzung. Danke, dass du deine Museumserfahrung geteilt hast, Anna. Das klingt nach einem fesselnden Besuch. Gern geschehen, John. Museen zu erkunden ist immer eine lohnende und bereichernde Erfahrung. Lassen Sie uns weiterhin nach neuen Exponaten suchen und gemeinsam unser Wissen erweitern. Lektion 21 Lokale Handwerker stärken Praktiken, die lokale Handwerker unterstützen, sind unerlässlich. Ich finde es toll, dass es wichtig ist, sie zu stärken. Es ist inspirierend, ihr Engagement für ihr Handwerk und die einzigartigen Produkte zu sehen, die sie herstellen. Lokale Handwerker verleihen ihren Kreationen oft das kulturelle Erbe und verleihen ihre Arbeit Tiefe und Bedeutung. Durch den Kauf ihrer Produkte bringen wir nicht nur etwas Besonderes nach Hause, sondern unterstützen auch ihren Lebensunterhalt. Es ist eine Möglichkeit, ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum in unseren Gemeinden zu fördern. Ich schätze die Liebe zum Detail und die Qualität handgefertigter Produkte. Handgefertigte Artikel haben einen gewissen Charme und Charakter, den Massenware nicht nachahmen kann. Es ist wunderbar, eine Verbindung zu den Handwerkern zu haben und die Geschichte hinter den Produkten zu kennen, die wir besitzen. Viele lokale Handwerker verwenden umweltfreundliche Materialien und Verfahren und tragen so zu einer grüneren und nachhaltigeren Zukunft bei. Das ist fantastisch! Sie zu unterstützen entspricht unseren Werten des Umweltbewusstseins. Es ist auch eine Gelegenheit, die Vielfalt und den Reichtum kultureller Ausdrucksformen zu feiern. Ich glaube, dass wir durch die Stärkung lokaler Handwerker dazu beitragen, das kulturelle Erbe für zukünftige Generationen zu bewahren. Absolut! Ihre Arbeit ist ein Beweis für die Schönheit und Kreativität, die in unseren Gemeinschaften existieren. Lass uns weiterhin lokale Handwerker suchen und unterstützen, Anna. Gemeinsam können wir etwas Positives bewerten. Ich freue mich, dass wir diese Wertschätzung für lokale Handwerkskunst teilen, John. Lassen Sie uns weiterhin für Ihre Arbeit eintreten und zu einer blühenden Handwerkergemeinschaft beitragen. Lektion 22 – Prägnante und sichere Fragen stellen Übe vorher und sei präzise und selbstbewusst. Wie wäre es, dem Panel Fragen zu stellen? Wenn Sie während einer Podiumsdiskussion Fragen stellen, können Sie Ihr Verständnis und die Interaktion mit den Rednern verbessern. Ich finde es hilfreich, Fragen im Wohaus vorzubereiten, um sicherzustellen, dass sie klar und sachlich sind. Prägnante Fragen erhalten mit größerer Wahrscheinlichkeit direkte und aussagekräftige Antworten. Es ist wichtig, der Diskussion aufmerksam zuzuhören und zu vermeiden, überflüssige oder themenfremde Fragen zu stellen. Das Stellen relevanter und durchdachter Fragen zeigt, dass Sie sich mit dem Thema und den Rednern beschäftigen. Selbstvertrauen ist der Schlüssel zum Stellen von Fragen. Es hilft, Ihr Interesse und Ihre Durchsetzungsfähigkeit zu vermitteln. Denken Sie daran, bei der Ansprache vor dem Panel einen respektvollen und professionellen Umgangston zu wahren. Es ist hilfreich, Blickkontakt herzustellen und Ihre Stimme zu erheben, wenn Sie Ihre Frage stellen. Wenn Sie sich bei etwas nicht sicher sind, ist es in Ordnung, die Redner um weitere Informationen zu bitten. Aktives Zuhören während der Podiumsdiskussion kann auch zu neuen Fragen führen, die auf der laufenden Diskussion basieren. Wenn Sie einen sinnvollen Dialog mit den Diskussionsteilnehmern führen, können Sie Ihr Verständnis vertiefen und wertvolle Erkenntnisse gewinnen. Es ist wichtig, die für Fragen vorgesehene Zeit zu respektieren und die Diskussion nicht zu monopolisieren. Priorisieren Sie Ihre Fragen und stellen Sie die wichtigsten, um die Gelegenheit optimal zu nutzen. Und lassen Sie sich nicht entmutigen, wenn Sie nicht die Gelegenheit haben, all Ihre Fragen zu stellen. Möglicherweise gibt es andere Interaktionsmöglichkeiten. Absolut. Eine Podiumsdiskussion ist nur eine Plattform für Engagement. Sie können sich danach jederzeit mit den Lautsprechern verbinden. Danke für den Rat, Anna. Ich werde diese Tipps berücksichtigen, wenn ich an Podiumsdiskussionen teilnehme. Gern geschehen, John. Ich bin zuversichtlich, dass Sie aufschlussreiche Fragen stellen und einen wertvollen Beitrag zu zukünftigen Podiumsdiskussionen leisten werden. Lektion 23 Routinen erstellen und pflegen Das Erstellen einer Routine beginnt damit, klare Ziele zu setzen und Aufgaben zu priorisieren. Wenn Sie größere Ziele in kleinere, überschaubare Aufgaben aufteilen, können Sie weniger überwältigend werden. Konsistenz ist der Schlüssel. Versuchen Sie, einen Tagesablauf zu etablieren und halten Sie sich so weit wie möglich daran. Das Einrichten von Erinnerungen oder die Verwendung eines Planers kann Ihnen helfen, organisiert und auf dem richtigen Weg zu bleiben. Finden Sie eine Tageszeit, zu der Sie am produktivsten sind, und widmen Sie diese Zeit Ihren wichtigsten Aufgaben. Die Beseitigung von Ablenkungen und die Schaffung einer förderlichen Umgebung können den Fokus und die Produktivität steigern. Es ist wichtig, flexibel zu sein und Ihre Routine bei Bedarf anzupassen, aber versuchen Sie, eine konsistente Struktur beizubehalten. Belohnen Sie sich für das Erledigen von Aufgaben oder das Erreichen von Meilensteinen, um motiviert zu bleiben. Belohnungen können einfach sein, zum Beispiel eine kurze Pause einzulegen oder sich etwas zu gönnen, das Ihnen Spaß macht. Wenn Sie Ihre Fortschritte auf dem Weg dorthin feiern, können Sie an Dynamik gewinnen und Ihre Routine beibehalten. Seien Sie nicht zu hart zu sich selbst, wenn Sie einen Tag verpassen oder von Ihrer Routine abweichen. Es ist in Ordnung, gelegentlich Rückschläge zu erleiden. Es ist beruhigend, das zu hören. Ich werde daran denken, nett zu mir selbst zu sein und mich nicht entmutigen zu lassen. Absolut. Denken Sie daran, dass das Erstellen einer Routine Zeit und Mühe kostet. Sei geduldig und mach weiter. Danke für den Rat, Anna. Ich bin motiviert, eine Routine zu entwickeln und die Vorteile zu nutzen. Gern geschehen, John. Ich glaube an deine Fähigkeit, eine Routine zu etablieren, die für dich funktioniert. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihren Bemühungen. Lektion 24 Innovation und Zusammenarbeit begrüßen Das Unternehmen schätzt Innovation als treibende Kraft für Wachstum und Fortschritt. Das ist großartig. Innovation kann zu neuen Ideen, verbesserten Prozessen und besseren Produkten führen. Zusammenarbeit ist ein weiterer wichtiger Wert, den wir hochhalten. Wir glauben an die Kraft von Teamarbeit und kollektiver Intelligenz. Die Zusammenarbeit ermöglicht es uns, unterschiedliche Perspektiven zu nutzen und kreative Lösungen zu finden. Wir fördern eine offene Kommunikation und den Austausch von Ideen zwischen verschiedenen Teams und Abteilungen. Das fördert eine Kultur der Zusammenarbeit und unterstützt ein dynamisches und integratives Arbeitsumfeld. Innovation und Zusammenarbeit helfen uns, uns an veränderte Markttrends anzupassen und der Konkurrenz immer einen Schritt voraus zu sein. In der heutigen schnelllebigen Geschäftswelt ist es wichtig, kontinuierlich zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Wir legen auch Wert auf eine wachstumsorientierte Denkweise, bei der wir Herausforderungen annehmen und sie als Lern- und Verbesserungsmöglichkeiten betrachten. Diese Denkweise ermutigt uns, um die Ecke zu denken und neue Möglichkeiten zu erkunden. Wir glauben daran, Mitarbeiter in die Lage zu versetzen, Verantwortung für ihre Arbeit zu übernehmen und ihre einzigartigen Fähigkeiten und Talente einzubringen. Dieses Gefühl von Eigenverantwortung und Autonomie kann die Motivation fördern und den individuellen und kollektiven Erfolg fördern. Unsere Unternehmenskultur fördert kontinuierliche Verbesserungen und die Bereitschaft, zu experimentieren und kalkulierte Risiken einzugehen. Es ist aufregend, Teil eines Unternehmens zu sein, das Innovation, Zusammenarbeit und Wachstum schätzt. Absolut! Diese Werte bilden eine Grundlage für Erfolg und inspirieren uns, Grenzen zu überschreiten und Großes zu erreichen. Ich bin dankbar, Teil eines Teams zu sein, das diese Werte teilt. Lassen Sie uns weiterhin innovativ sein und zusammenarbeiten. Ich teile deine Wertschätzung, John. Lassen Sie uns die Kraft von Innovation und Zusammenarbeit nutzen, um positive Auswirkungen zu erzielen und unser Unternehmen voranzubringen. Lektion 25 – Das Gasterlebnis verbessern Gäste, das ist toll zu hören. Gibt es eine Sauna oder ein Dampfbad? Ja, unseren Gästen stehen sowohl eine Sauna als auch ein Dampfbad zur Verfügung. Das ist fantastisch! Viele Gäste schätzen die Entspannungs- und Gesundheitsvorteile, die sie bieten. Die Sauna und das Dampfbad bieten ein verjungenes Erlebnis und fördern das Wohlbefinden. Es ist wunderbar, über solche Annehmlichkeiten zu verfügen, die das allgemeine Gästeerlebnis verbessern. Wir bemühen uns, eine komfortable und luxuriöse Umgebung zu schaffen, in der sich unsere Gäste entspannen und neue Energie tanken können. Ich bin mir sicher, dass die Sauna und das Dampfbad zu einem unvergesslichen Aufenthalt für unsere Gäste beitragen. Absolut! Sie bieten ein zusätzliches Maß an Entspannung und Genuss während ihres Besuchs. Gibt es spezielle Richtlinien oder Zeitbeschränkungen für die Nutzung der Sauna und des Dampfbades? Ja, wir haben Öffnungszeiten und Richtlinien festgelegt, um die Sicherheit und das Vergnügen aller Gäste zu gewährleisten. Das ist wichtig, um ein faires und organisiertes System zum Wohle aller aufrecht zu erhalten. Wir bieten auch Handtücher und andere Annehmlichkeiten, um das Sauna- und Dampfbäuderlebnis zu verbessern. Wir bemühen uns, die Bedürfnisse unserer Gäste zu antizipieren und zu erfüllen, um ein reibungsloses und angenehmes Erlebnis zu bieten. Ich bin mir sicher, dass unsere Gäste die Liebe zum Detail und die zusätzlichen Entspannungsmöglichkeiten zu schätzen wissen werden. Wir sind stets bestrebt, die Erwartungen unserer Gäste zu übertreffen und einen unvergesslichen und zufriedenstellenden Aufenthalt zu schaffen. Es ist großartig, für ein Unternehmen zu arbeiten, das die Zufriedenheit seiner Gäste in den Vordergrund stellt und sich ins Zeug legt. Absolut, John. Unser Engagement für außergewöhnlichen Service zeichnet uns aus und gewährleistet die Loyalität unserer Gäste. Ich bin stolz darauf, Teil eines Teams zu sein, das das Gasterlebnis schätzt und kontinuierlich nach Spitzenleistungen strebt. Ihr Engagement und Ihr Beitrag sind wertvoll, John. Gemeinsam können wir das Gästeerlebnis weiter verbessern und bleibende Eindrücke hinterlassen. Lektion 26 Nachhaltige Praktiken umsetzen Absolut, es ist eine Win-Win-Situation sowohl für unseren Geldbeutel als auch für die Umwelt. Durch die Einführung nachhaltiger Praktiken sparen wir nicht nur Geld, sondern reduzieren auch unseren ökologischen Fußabdruck. Der Einsatz energieeffizienter Geräte und LED-Beleuchtung kann unsere Stromrechnungen erheblich senken. Es ist eine kleine Änderung, die große Auswirkungen auf unsere monatlichen Ausgaben und den Gesamtenergieverbrauch haben kann. Recycling und eine angemessene Abfallentsorgung tragen ebenfalls zu einer saubereren und gesünderen Umwelt bei. Durch die Reduzierung von Abfällen und das Recycling von Materialien tragen wir dazu bei, natürliche Ressourcen zu schonen und die Umweltverschmutzung zu minimieren. Durch die Umsetzung wassersparender Maßnahmen wie Wasserhanne und Toiletten mit geringem Durchfluss können unsere Betriebskosten weiter gesenkt werden. Und es ist wichtig, sich an den Wert von natürlichem Licht zu erinnern. Durch das Öffnen von Jalousien und Vorhängen während des Tages kann der Bedarf an künstlichem Licht reduziert werden. Das Pflanzen von Bäumen und die Schaffung von Grünflächen rund um unser Grundstück können Schatten spenden, die Luftqualität verbessern und das Ambiente verbessern. Es ist erfrischend, eine grüne Umgebung zu haben, die das Wohlbefinden fördert und uns mit der Natur verbindet. Darüber hinaus kann die Ermutigung der Gäste zur Teilnahme an nachhaltigen Praktiken einen positiven Dominoeffekt haben. Aufklärung und Sensibilisierung für nachhaltiges Leben können andere dazu inspirieren, bewusste Entscheidungen zu treffen. Es ist befriedigend zu wissen, dass wir zu einer nachhaltigeren Zukunft beitragen und dabei Geld sparen. Absolut. Es ist ein Win-Win-Szenario, das mit unseren Werten übereinstimmt und sowohl unserem Geschäftsergebnis als auch dem Planeten zugutekommt. Lassen Sie uns weiterhin nachhaltige Praktiken erforschen und umsetzen, um einen positiven Einfluss auf unsere Umwelt zu haben. Ich bin voll und ganz dabei, John. Gemeinsam können wir eine grünere und nachhaltigere Zukunft für kommende Generationen schaffen. Lektion 27 Pflege eines gesunden Lebensstils Auch eine spezielle Diät? Ja, ich halte mich an eine ausgewogene Ernährung mit. Das ist großartig, John. Eine ausgewogene Ernährung stellt sicher, dass Sie alle notwendigen Nährstoffe für eine optimale Gesundheit erhalten. Ich konzentriere mich darauf, eine Vielzahl von Obst, Gemüse, mageren Proteinen und Vollkornprodukten in meine Mahlzeiten aufzunehmen. Ein Regenbogen aus buntem Obst und Gemüse sorgt für eine große Auswahl an Essentieren, Vitaminen und Mineralien. Ich achte auch auf die Portionsgrößen, um eine gesunde Kalorienaufnahme aufrechtzuerhalten. Die Portionskontrolle ist wichtig für das Gewichtsmanagement und das allgemeine Wohlbefinden. Ich versuche auch, meinen Verzehr von verarbeiteten und zuckerhaltigen Lebensmitteln zu begrenzen. Das ist eine kluge Wahl. Die Reduzierung verarbeiteter Lebensmittel kann dazu beitragen, den Konsum von Zusatzstoffen und übermäßigem Zucker zu senken. Ich habe auch meine Wasseraufnahme erhöht, um den ganzen Tag überhydratisiert zu bleiben. Eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr ist für die allgemeine Gesundheit unerlässlich und unterstützt verschiedene Körperfunktionen. Mir ist aufgefallen, dass eine ausgewogene Ernährung mein Energieniveau und meine allgemeine Stimmung verbessert hat. Die richtige Ernährung spielt eine wichtige Rolle für unser körperliches und geistiges Wohlbefinden. Ich integriere auch regelmäßige Bewegung in meine Routine, um meine gesunde Ernährung zu ergänzen. Bewegung ist ein entscheidender Bestandteil eines gesunden Lebensstils. Es hilft beim Gewichtsmanagement und verbessert die kardiovaskuläre Gesundheit. Ich bin froh, dass ich diese Änderungen vorgenommen habe. Ich fühle mich motivierter und habe mehr Kontrolle über meine Gesundheit. Es ist inspirierend, dein Engagement für einen gesunden Lebensstil zu sehen, John. Macht weiter mit der guten Arbeit. Danke, Anna. Deine Unterstützung bedeutet mir viel. Lassen Sie uns weiterhin gemeinsam unserer Gesundheit und unserem Wohlbefinden Priorität einräumen. Absolut, John. Gemeinsam können wir andere zu einer ausgewogenen Ernährung und einem aktiven Lebensstil für eine gesündere Zukunft inspirieren. Lektion 28 Barrierefreie Unterkünfte Ohne Treppen wäre das super. Notiert. Unser Hotel hat einen Rollstuhl. Ja, wir legen Wert auf Barrierefreiheit und stellen unseren Gästen rollstuhlgerechte Zimmer zur Verfügung. Das ist wichtig, um sicherzustellen, dass alle Gäste bequem navigieren und ihren Aufenthalt genießen können. Unsere ruhstuhlgerechten Zimmer sind mit breiteren Türen und geräumigen Bädern mit Haltegriffen ausgestattet. Es ist wichtig, eine barrierefreie Umgebung zu schaffen, die Gästen mit Mobilitätsbedürfnissen gerecht wird. Wir haben auch Aufzüge und Rampen im gesamten Hotel, um den Zugang zu verschiedenen Bereichen zu erleichtern. Das ist fantastisch. Es ermöglicht den Gästen, sich unabhängig und ohne Hindernisse zu bewegen. Wir bemühen uns, ein integratives und einladendes Umfeld für alle unsere Gäste zu schaffen. Es ist toll zu wissen, dass unser Hotel bestrebt ist, barrierefreie Unterkünfte bereitzustellen. Absolut, John. Wir möchten, dass jeder Gast ein angenehmes und angenehmes Erlebnis bei uns hat. Gibt es weitere spezielle Annehmlichkeiten oder Dienstleistungen, die wir für Gäste mit Barrierefreiheitsbedürfnissen anbieten? Ja, wir haben auch barrierefreie Parkplätze und geschultes Personal, um Gästen mit besonderen Anforderungen behilflich zu sein. Das ist ausgezeichnet. Es stellt sicher, dass die Gäste während ihres Aufenthalts die Unterstützung erhalten, die sie benötigen. Wir sind stolz auf unser Engagement für Barrierefreiheit und suchen ständig nach Möglichkeiten, unsere Dienstleistungen zu verbessern. Es ist beruhigend zu wissen, dass unser Hotel Wert auf Inklusivität legt und alles daran setzt, die Bedürfnisse der Gäste zu erfüllen. Wir glauben, dass jeder ein unvergessliches und stressfreies Erlebnis verdient, wenn er bei uns übernachtet. Ich bin stolz darauf, Teil eines Teams zu sein, das Barrierefreiheit in den Vordergrund stellt und bestrebt ist, die Erwartungen der Gäste zu übertreffen. Ihr Engagement und Ihr Beitrag sind wertvoll, John. Gemeinsam können wir all unseren Gästen weiterhin einen außergewöhnlichen Service bieten. Lektion 29 – Verbindungen nach dem Umzug aufrechterhalten Ich mache mir Sorgen, nach dem Umzug mit Freunden in Kontakt zu bleiben. Das ist verständlich, John. Ein Umzug kann Veränderungen mit sich bringen, aber es gibt Möglichkeiten, Freundschaften zu pflegen. Wie kann ich sicherstellen, dass die Entfernung meine Beziehungen zu Freunden nicht beeinträchtigt? Technologie kann ein großartiges Werkzeug sein. Sie können Videoanrufe, Messaging-Apps und soziale Medien verwenden, um in Verbindung zu bleiben. Das stimmt. Ich kann regelmäßige Videoanrufe mit meinen Freunden vereinbaren, um mich zu informieren und Neuigkeiten auszutauschen. Es ist wichtig, dass Sie sich bemühen, Kontakt zu ihnen aufzunehmen und sich für Ihr Leben zu engagieren, auch aus der Ferne. Ich sollte auch Besuche in meiner Altstadt einplanen, um Zeit mit meinen Freunden zu verbringen. Ich denke auch darüber nach, einen Gruppenchat zu starten, in dem wir Fotos und Geschichten austauschen und täglich in Verbindung bleiben können. Das ist eine tolle Idee. Gruppenscharts können Ihnen helfen, über das Leben der anderen auf dem Laufenden zu bleiben und ein Gefühl der Nähe aufrecht zu erhalten. Ich bin froh, dass es praktische Möglichkeiten gibt, die Distanz zu überbrücken und meine Freundschaften am Leben zu erhalten. Es erfordert Mühe, aber wahre Freundschaften können jede Distanz aushalten, wenn sie sorgfältig gepflegt werden. Ich werde sicherstellen, dass ich es priorisiere, mit meinen Freunden in Kontakt zu bleiben und diese wertvollen Verbindungen aufrecht zu erhalten. Deine Freunde werden deine Bemühungen zu schätzen wissen, John. Denk daran, Freundschaften basieren auf gegenseitiger Unterstützung und Verständnis. Danke, Anna. Ihr Rat hat mir die Sorgen genommen und ich freue mich darauf, dieses neue Kapitel zu beginnen und gleichzeitig meine Freundschaften aufrecht zu erhalten. Ich freue mich, dass ich helfen konnte, John. Ich wünsche Ihnen alles Gute an Ihrem neuen Standort und bei der Pflege dieser wertvollen Freundschaften.